Wir sind jetzt aus dem Produktionsbereich raus und sind jetzt in einem Ladengeschäft, was dazu gehört. Und wir zeigen euch jetzt mal diese traditionellen, sehr unterschiedlich strukturierten Original-Mallorca-Stoffmuster. Wie gesagt, der Stoff heißt in der Übersetzung hier ja Zungenstoff. Und diese Motive gibt es, diese Muster, die gibt es schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Und das ist eben halt auch der Unterschied, der ist bei dieser traditionellen Produktion. Und der Stoff ist natürlich versucht worden, zu 100% auch toll von der Optik her und von der Qualität her in den Griff zu kriegen. Aber es ist eben halt Handwerkskunst. Da gibt es auch schon mal irgendwo eine kleine Disharmonie im Fadenbereich, wenn der neu angeknüpft wird, wie auch immer. Aber das ist original, typischer Stoff von Mallorca. Und ihr seht hier die Schneiderin, die eine Arbeit hier erledigt, in dem von diesem Stoff dann auch Vorbestellungen da sind, die für die verschiedensten Dinge dann auch gebraucht werden, wird hier zurechtgeschnitten. Also nochmal richtig tolle Handwerkskunst ohne Wenn und Aber. Aber.